Und damit herzlich willkommen zurück zu Grimdawn Let's play Grimdawn mit Chantal Lafichy Und 30 FPS Und 45 FPS Okay beim laufen 30 Oh Gott das Spiel war so viel einfacher als wir ganz viele FPS hatten Wir haben wieder bis hierhin gespielt Oh 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 pass auf das fies böse Haben mich verwirrt? Oh mein Gott ich bin fast gestorben Und ich kann die Akku nicht ziehen Danke dass der Damage Dealer keine Akku hat Äh danke dass der Damage Dealer die Akku hat Ja jetzt hab ich Akku Ja warte ich komm doch schon Ja aber du hast fast 500 Leben mehr als ich Ja trotzdem Ich überlebe auch nicht alles Ich überlebe zwar viel aber nicht alles Aber nicht von diesem Riesenvieh Ja Kurze Info Kurze Info warum wir letzte Woche kein Video gebracht haben zu Grimdawn Wir wollten aufnehmen Und dann mein Grimdawn so Nö Einfach nö Keine Ahnung was da los war Aber man konnte keine Server mehr sehen Oder nur noch echt wenige Und dann hat das Spiel da und gebackt Und dann sind die Server Down gegangen Und dieses und jenes Ja und dann haben wir es einfach gelassen und dachten einfach so Eine Woche nix hochladen Und dann kam ein Sniper Elite Video bei mir zum Ausgleich Aber nur eins Bei mir nicht weil Wenn ich wollte Weil ich hasste Er hasst alle Menschen Ich hasste euch alle Menschen Und deshalb bin ich auch schon Level 13 Weil ich schon ein paar Erfahrungspunkte dadurch mehr bekommen habe Weil wir ja versucht haben dass es läuft Und dann sind wir wieder bis hierhin gelaufen Und dann hat es nicht funktioniert Und dann mussten wir Oh mein Gott Tausend Gegner bekämpfen So wie die hier Und es kam auch schon irgendein Update Ich weiß nicht genau was da gekommen ist Ich bin tot Ich bin tot Ich bin einfach rausgestorben Gott Alter ich komme nicht raus Machst du ein Portal? Ist offen Hoffe ich Pass auf das sind alle Gegner gerade Ist nicht offen Lach doch da oben Oh wir sind schon neben dem anderen Portal Mir wird gerade viel Spaß gewünscht in der Aufnahme Ich komme Ja ich bin noch nicht wieder da Oh fuck Mitten in den Leuten Oh Gott es lag so sehr 12 FPS 11 Es sind einfach hier gerade viel zu viele Leute Das ist ja fast wie in dieser einen Höhle Auf meinen Hauptcharakter Ich muss weglaufen Ich war gerade schon wieder fast tot Ich habe knapp 500 Leben Ich frage mich wie du das überhaupt überlebst Ich habe ja schon Probleme zu überleben Ich bin einfach gut Achso genau Deshalb sterbe ich auch nicht dauernd fast Mit 11 FPS Alter es geht gerade überhaupt nicht fit Wie viel hast du? Ich bin eingefroren gewesen gerade Wie viel FPS hast du? Äh 30 etwa 31 29 Wieso habe ich so wenig? Ich bin schon wieder tot Warte Alter ich habe ja schon 3 Tränke in diesem Kampf genommen So viele Tränke kann ich gar nicht nehmen Wie ich nehmen müsste Wieso habe ich nur 10 FPS Junge? Weiß ich nicht Auch außerhalb vom Kampf Hä? Vielleicht das Spiel gerade bis mit der Gegneranzahl überfordert gewesen Ich habe immer noch nur 9 FPS Mal versuchen die Aufnahme neu zu starten Mit Aufnahme jetzt habe ich wieder 30 Hä? Boah ist das Spiel seltsam Ja ich bin jetzt wieder da Kurze Aufnahmepause Die so von 2 Sekunden Dauer war Wegen nix FPS so viel Okay hier habe ich wieder nur 14 Aber ich habe schon alles gehört So was hier ist Bist du auf einen Gegner? Ja ich habe hier nur 13 FPS So was gehen wir denn mal? Hm hoch Dann haben wir das Fall Okay jetzt geht es 38 Hab gerade nochmal neu gestartet Für meine Zuschauer Ihr habt es wahrscheinlich nicht bemerkt Ich bin einfach Storz einfach die ganze Zeit Die Aufnahme neu Ich werde gerade schon wieder fast gestorben Hab noch 10 Healtränke Ach nur noch 8 Ich habe 3 Grad hier in dem Kampf benutzt Ich habe 1600 Stück schon genutzt Wir haben jetzt mal alles in passive Skills geparkt Jetzt habe ich nochmal 100 Leben mehr Oh ich bin da auch gelevelt Fällt mir gerade an Ich bin schon wieder halb am Level fast Ach du Scheiße Ja ne ich nicht Ähm dass ich so weit hinter ihm Level jetzt bin Liegt daran dass Ähm mein Spiel letztes Mal abgekackt ist Oder besser gesagt Ich einfach aus der Runde gefallen bin Und deshalb hat er sich das halt nicht gespeichert Und bei Freddy halt schon Weil er host ist Ja Obwohl ich theoretisch besser hosten sollte Ja aber machst du ja nicht So Oh ähm Ich brauche jetzt mal ein bisschen Skill Blast Shield Ich kann mir ein Shield machen Blast Shield habe ich ja Habe ich auch geskillt Ich habe mich dann immer passiv Also der läuft dann passiv mit Das ist Wie so ein Titan Quest Skill halt Weiß ja nicht welcher aber Ganz geil Ähm Ich sollte mir die Sachen vorher durchlesen Ich habe auch schon gar keinen Ahnung mehr Was ich gerade geskillt habe Ich glaube es war gut Äh ich skill nochmal in die Stun Jacks rein glaube ich Was ich habe noch 5 Punkte Habe ich schon hier vergessen zu skillen irgendwann Wahrscheinlich Hat nochmal in die Stun Jacks rein geskillt Das ist mein komischer Angriff Der ist ganz gut Dann skil ich als nächstes hier noch ein bisschen rein Weißer Shield Overguard Okay ich skil mal ein bisschen den Fuck jetzt habe ich es falsch gemacht Okay jetzt habe ich meine Stun Jacks noch ein bisschen besser gemacht Aber alle sind die Stun Jacks geskillt übrigens So jetzt kann ich zwei Waffen verwenden Und ich habe hier noch einen Punkt Der geht wahrscheinlich in Cunning einfach mal rein Und ich habe jetzt 671 Leben übrigens Ich habe 1134 Einfach mal ziehen mal so viel Okay Fast doppelt so viel Aber okay So wollen wir erstmal nach links Erstmal nach rechts Erstmal nach oben Ich folge dir einfach Okay Ich überlebe ohne dich eh nicht Gott ey ich bin fast gestorben gerade Also diese hier sind glaube ich neu Die sind richtig krasser Abfuck Die machen richtig Schaden Die Wurftowns? Die kleinen? Ne die großen Achso ja Ich weiß nicht Nee der da Der müsste das gewesen sein Der richtig viel Schaden macht Na der Hauler ist ganz okay eigentlich noch Ich verliere jetzt noch Leben Ich bin gerade auf 199 Leben runtergegangen Ich weiß nicht warum Was ist der Chess? Nein Geld? Und ne Axt ist sie besser als meine? Nein Wir sind jetzt wieder in Wildmire Ja vorher waren wir in Foggy Bank Du musst echt vorgehen ey Achja ich spiele inzwischen auch so ein bisschen damit Dass man den Bildschirm drehen kann Weil ich das ziemlich cool finde Das auch nicht Ich hatte das vorher wieder komplett vergessen Das heißt ich Oh mein Gott was ist dir alles rausgefallen Ja ziemlich viel was grünes Boah Ich meine war das gerade nicht instanced loot Weil ich habe auch was grünes gesehen Aber auf nichts bekommen Isaacs Palutal of Meditation Rare Armor 28 Armor Plus Physik Plus Cunning Plus Energy Regenerations Plus dieses Plus das Was ist das? Ah ok Das ist ein Schulterteil Ach doch das habe ich direkt angezogen Äh 05ing Isaacs Palutal of Meditation Das habe ich auch Ja ok dann kriegen wir jetzt ziemlich genau das gleiche Sonst bin ich schon top ausgerüstet Boah sind die Schuhe gut alter Wichtig meine Zweihandwerfer noch Keine Ahnung 11 bis 27 5 Plus 5 Damage per Second Boah plus Blending Damage Plus Bleeding Damage Plus Health Ok welche von meinen Waffen ist schlechter Ich bin schon mal wieder zur Fuggy Bank gegangen Ok Ähm Ach so was gerade das muss ich erkunden God oh god Oh fuck Nope nope Fuck das shit Mit einem out of here Nope Ich komme schon Als ob ich dir helfen könnte Weswegen ist es zu tun Ja gut ich mache wenigstens mehr Damage aus zu Nicht viel mehr aber ein bisschen Ich habe alles getötet gerade bevor du hergekommen bist Das war nur klein Viecher das sah aber so viel aus weil Zwei Fliegenschwärme waren und sowas Die Fliegenschwärme sind auch echt böse Die sind zwar mit einem Hit down aber Ansonsten sind die schon echt böse Oh shit oh shit oh shit oh shit oh mein god Oh fuck oh fuck War unter 90 Leben Hast du eigentlich schon die Granate freigespielt? Nö Welches ist denn das? Ich habe nur die erste Reihe freigespielt Ich habe nur die erste Reihe freigespielt Achso ich glaube in der zweiten also kriegst du eine Granate dazu die ist richtig gut Und ich habe die Reihe von den Stunjacks den zweiten freigespielt Dass die besser werden oder so Dass die irgendwie auch Gift Schaden machen oder Bleeding Schaden oder sowas Oh mein Gott nope 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 Was immer oh mein Gott wie sagt der Argo auf mich? Wiss ich nicht Komm die ficken wir jetzt das sind hier nur eine ganze Armee von denen Ich würde es bevorzugen, wenn es wieder so viele Gegner sind wie vor dem Patch, weil das sind ein paar viele geworden jetzt. Ich gehe auf die hinteren. Ich versuche hier nicht an den ganzen Granaten zu sterben, die die werben. Ja, kommen gleich keine mehr. Ich habe fast alle down. Siehst du ja. Ah, hier ist das nächste Portal, der Fahrgeber eng. Ist das neu? Daran kann ich mich gar nicht erinnern, dass es hier eins gab. Ich weiß nicht. Ich kenne das Spiel nicht so gut wie du. Ich kenne es auch nicht so gut. Ich habe es einmal gespielt. Oh, man kann auch auf Komma und Punkt drehen. Das wusste ich noch nicht. Viel praktischer für mich. Für mich nicht. Da komme ich immer außerhalb, wenn ich auf die Karte gehe und bin auf der Checkkarte. Hier sind noch mehr Tainted Tones. Ah, hier ist übrigens noch ein Dings. Die Kiste habe ich da gerade geöffnet. Ja, habe ich es gesehen. Da kam man mit ein bisschen Geld draus und einen Heiltrank. Ich habe doch auch die Stanz erst einmal rein, obwohl alles tot ist. Ja, das 1.4 hat gerade noch gelebt. Ich habe gerade 20 FPS. Ich habe auch gerade 20. Ich starte meine Aufnahmen. Ja, jetzt habe ich wieder 31. Irgendwie ist das Spiel ein bisschen... Lass dich gegenseitig bekämpfen. Wir gucken einfach nur zu Kino. Moment mal, da ist ein Platz voran. Dreckige Bastarde. Was sind denn das? Böse Menschen, glaube ich. Okay. Ich habe übrigens wieder Skyrim angefangen zu spielen. Ja, ich habe mir mal ein Let's Play dazu angefangen, was ich nie rausgehauen habe. Was du wahrscheinlich auch nie raushauen wirst, ne? Weiß ich noch nicht. Was ist das? Stimmt, da gab es diesen Keller. Da, ich... Ja, du gehst einfach rein. Ist der Böse? Ich komme einfach mit. Gift schon. Ah, Bloodsworn. Oh, no. Oh, nope. Piss dich doch. Boy, das ist mies. Mir fiel wieder an, dass ich dich vorlassen sollte, weil du der Damage-Dealer bist. Äh, nein, das hängt. Ja, Damage-Dealer bin ich, aber ich bin alles. Obwohl, ich glaube, hier war ich gar nicht drin. Ich war nur so ein anderer Teil von diesen Okkultisten. Boah, da ist voll viel drin, Alter. Gutes Knife vor allem. Das haben wir hier ein schönes... Uh, Cunning Spirit. Dann nehme ich die hier mit. Dann habe ich zwei Physik-Werninger, aber ich glaube, damit komme ich klar. Da habe ich tausend andere Sachen noch eingesammelt. Boah, das macht zu wenig Damage. Was? Ähm, das Messer, was ich hier habe. Sacrificial Knife of Insanity. Rear One-Handed. 10 bis 14 Cold Damage. Very fast. Das ist so und sieht nicht schön aus. 2 Damage per Second if equipped. Minus 4 Damage per Second offhand. Ich weiß nicht mal, was das heißt. Heißt das, wenn ich das nicht dabei habe, mache ich weniger? Offhand ist seine linke Hand. Okay. Wieso weiß ich das nicht? Weiß ich nicht. Also müsste ich das jetzt... Boah, ist das gut? Was? 6 Ather Damage. Äh, Control Target mined vor 1,5 Sekunden. 5% Chance to confuse Target vor 2 Sekunden. 14 Damage auf... Nein, plus 14 Damage to... Atherist. Äh, können wir jetzt weitermachen? Ich kann es eh nicht benutzen, weil ich kein Spirit habe. Ja, wir können weitermachen. Okay. Okay, hier unten. Da unten sah es auch schon schlimm aus. Na stimmt, man kann ja auch Tische und Jule kaputt machen. Ich habe die gerade weggestunt, die Tische. Weggestunt. Ah ja, ich habe meinen Stunt reingehauen, die sie gestunt werden und dann sind sie gestorben dadurch. 100 Leben, 80, 70, 60, 50, 40... Oh Gott. Ich habe euch ja einen Stunt. Du kannst die Schüsse von denen übrigens mit den Stunts wegmachen. Also wenn deine Stunt-Dinger dann die Schüsse von denen treffen, hier diese Giftschüsse, dann platzen die in die Luft. Hä? Hab ich gerade gesehen. Kleber, war ich schon genug? Ich habe die Stüge kaputt gemacht. Oh, Massive White Meier irgendwas. Blattahnt. Oh, mir Schwörer. Oh, hier, Böses, Böses. Priester, schnell, töten. Böse Void Anomalie. Böse Void Anomalie. Okay, ist hier noch einmal? Hier ist ein Quest. Äh, wo mit dem Reden? Ich kann sie anklicken, weil du draufgeklickt hast. Das ist Isaac. Ah, mein Rescue kommt. Ich bin Angst, ich bin Angst, ich bin Angst, dass du zu late bist, Thoc. Thoc? Keine Ahnung. Thoc, ja genau. Äh, there must be something we can do. Meinst du? Ne, nicht einfach sterben lassen? Ich lese das nicht alles vor. Okay. Können wir das Film machen oder nicht? Hier, du kannst mit ihm auch reden. Äh. Äh, hidden under the tree stump. Das haben wir schon gefunden. I've already found the stash, ha? I guess I should have heard my better, ha? Nein! Was? Nein! Isaac! The binding of Isaac! Is he dead? Ja. Also bei mir lebt er noch. Ja, he lebt da noch, aber wir lassen ihn sterben. Er sagt so tired. Wir können ihm auch sagen, dass er sterben soll. Können wir ihn nicht wegtransportieren? Isaac! So, so tired. Los, kick ihn einfach durchs Portal hier, zack. Oh, hier ist noch. Geld, Geld. Ja, funktioniert nicht. Oh mein Gott, so viel Dreck. So viel Dreck. Äh. Dann haben wir hier alles erkundet. Ich kann nochmal das Büchlein hier öffnen, was man lesen möchte. Zack, zack. Moment, wo ging das nochmal? Im Inventar und dann auf... Dann auch noch mache ich das mal auf Kuh, glaube ich. Ja, auf Kuh kann man da hin. Auf Kuh. Ah, okay. Äh, unser Part sollte jetzt auch demnächst vorbei sein. Da steh jetzt. Wir haben jetzt noch zwei Minuten, wir haben richtig Zeit. So, könnt ihr euch durchgelesen haben. Ich hab's immer noch, ich kann's verkaufen. Ja, machst du ein Portal oder wollen wir wieder raus latschen? Ich hab's schon wieder rausgelatscht. Ah. So weit ist es jetzt nicht gewesen. Ah. Das war ein kleiner Keller. So, wie viele Parts nehmen wir jetzt eigentlich weiter auf? Äh. Wir sahen noch einen, nach dem hier. Okay, dann haben wir wieder für nächste Woche. Ja. Dann mache ich danach noch ein Infovideo mit Eurotrack-Sumorator, wo ich hoffe, dass du dabei bist. Äh. Muss wir nicht danach... Nein, danach müssen wir schon aufnehmen. Bist ich ja? Also, wir haben es jetzt vier nach. Oh, ja, stimmt. Alter, es lag gerade. Alter, wie ich dauernd neu starten muss, die Aufnahme, weil es laggt. Jetzt kann ich nachher 600 Sachen zusammenschneiden, so ein Scheiß. Zusammenschneiden. Einfach hintereinander packen. Pssst, das weiß doch keiner. Okay, da unten waren wir schon. Jetzt können wir noch da oben rechts gehen. Ich werde mich kurz equippen. Vielleicht gucke ich nochmal kurz rein. Dann können wir an dieser Stelle auch eigentlich den Park beenden, weil wir haben jetzt sowieso kaum noch Zeit. Und, ähm, wir sehen uns dann wieder, wenn wir weiter erkunden. Genau, und ich muss gleich nochmal in die Stadt. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Tschüss.